Der ultraschnelle Kailami Grand Prix Circuit bietet 16 Kurven in weniger als 5 Kilometern mit einigen dramatischen Höhenunterschieden, die die technische Herausforderung jeder Kurve verstärken. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja, ja. Ja, ich hab nur gesagt, dass der Ding noch nicht reinlebt. Ich weiß nicht, dass ich den Papierdölfchen die Kiesel schenke. Ich weiß nicht, dass ich den Papierdölfchen habe. Der macht sich mal nicht so, wenn ich den Papierdölfchen habe. Das hat sich immer... Das muss man lassen. Immer eins. was das hat schon mal da 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 ist eh zu Das ist ein Ding, oder was? Ansonsten, die oben? Ansonsten... ... und noch ein Tisch. Woher ganzes Schleier-Jet ist in der Ostendorf? So lang. Das lässt jetzt 2 Meter ineinander gegen die Geronwelle, weil der gleich ist genauso schnell. Ich bin ja dreckig nochmals, wie ich weiß. Ist mal wurscht. Hartz IV hat eine Sperre. Hartz IV hat eine Sperre. Hopp. Das steht in Hurenzone, da muss man auf den Städten. Everybody's saying, ne? Ja, aber André, wenn man ausweichen hat, finde ich der Zeit, ist erinnert der Boden. Ich weiß nicht, da kommt die Tür runter. Gott, ich bin schlüpfen. Ja, kommt die Scheiße wieder an, die er wieder gespielt hat. Ich weiß nicht, da kommt die Tür runter. Ah, das ist ein Wunscher. Ich weiß nicht, was er ist. Ich kann mich schon nicht sagen. Ja, das ist auch nicht so. Ich weiß nicht, das ist ein Wunscher. Ich weiß nicht, das ist ein Wunscher. Ich weiß nicht, was er ist. Ich weiß nicht viel, was er ist. Das ist gut. Ich weiß nicht, was er ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine noch. Los, ein starkes Finish. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020